Der Mond stand leuchtend und mit teilnahmslosem Blick am Himmel, als der Mann mit einem kräftigen Hieb den Spaten in die harte Erde stieß und sein eigenes Grab auszuheben begann. Stephen King ist ja dafür bekannt, unglaublich ausführlich zu erzählen und er ist bekannt für seine unfassbar dicken Schinken. Und hier hat er jetzt einfach ein Buch, bestehend aus 500 Seiten, in dem er einfach zwei Kurzromane versteckt hat und wie ihm das meiner Meinung nach gelungen ist, also zwei Geschichten in 500 Seiten zu packen, darum geht es in diesem Video. Viel Spaß damit! Also zunächst finde ich es erstmal wieder bemerkenswert, was für Gedanken sich so ein Verlag scheinbar macht, der sich halt hier bei diesen Geschichten, Langoliers, 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 was auch immer, und Geheimes Fenster, Geheimer Garten, scheinbar gedacht hat, Hallo, Stephen King, der veröffentlicht doch keine 300 Seiten Geschichten, dann nehmen wir mal beide zusammen und veröffentlichen die mal lieber als ein Buch, weil keiner kauft sich doch ein 300 Seiten Buch von Stephen King, wenn das nicht 500 Seiten sind. Also die erstellen da so ein krasses Profil von so einem Autor, also klar, dass man jetzt sagt, Stephen King, der schreibt Horror- bzw. Gruselgeschichten und da können wir jetzt nicht unter seinem Namen irgendwie Liebesgeschichten veröffentlichen, aber dass sie selbst sagen, der ist dafür bekannt, dicke Bücher zu schreiben, da können wir kein dünnes Buch veröffentlichen, das finde ich schon irgendwie bemerkenswert, vor allem, dass dieses Buch, das ist von 1990, zumindest diese Ausgabe hier jetzt, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Stephen King so unbekannt gewesen wäre, also ich hätte gedacht, 1990 war der schon relativ bekannt, aber scheinbar haben diese Verlagsleute sich das trotzdem nicht getraut, wie sie es sich jetzt zum Beispiel bei später getraut haben, dem Buch, was zugegebenermaßen sehr aktuell ist, da das Buch hat auch nur 300 Schieß-mich-tot-Seiten und da haben sie sich es getraut, das so zu veröffentlichen, hier jedoch nicht, finde ich bemerkenswert, aber natürlich geht es jetzt erstmal um Geschichten an sich, also die erste Geschichte ist Langoliers bzw. Langoliers, 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 ich weiß nicht, wie man den Scheiß aussprechen soll und irgendwie nervt mich das immer beim Lesen, also geht euch das nicht auch so beim Lesen, ich meine, man liest es selber und leise vor sich hin, da muss man es nicht mal aussprechen und trotzdem nervt es mich immer, wenn ich nicht weiß, wie man es aussprechen soll, also schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das aussprecht. Diese Geschichte ist mega krass, also es fängt erstmal mit einem Flugzeug an, in dem ein Pilot sitzt, Brian Engels, der sitzt aber nicht als Pilot, sondern als Passagier selbst dort drin und er schläft und plötzlich wacht er auf und stellt fest, dass außer ihm und einer Handvoll anderer Passagiere alle verschwunden sind, also vorher waren irgendwie 160 Leute drin und jetzt sind nur noch 10 Leute drin, die ganze Crew, die ganzen Stewardesses und diese ganzen Passagiere sind alle verschwunden und was das Ganze ein bisschen gruselig noch macht, ist, sie haben alle irgendwas zurückgelassen, also auf den ganzen Sitzplätzen liegen nur noch irgendwelche Armbanduhren oder Zahnprothesen oder irgendwelche falschen Kniescheiben oder so liegen da rum, also scheinbar sind diese Menschen alle verschwunden und haben alles von ihrem Körper, was nicht biologisch zu ihrem Körper gehört, zurückgelassen und das macht das Ganze echt gruselig, finde ich und was diese Stimmung auch noch ein bisschen besser beschreibt, ist, dass es jetzt am Anfang nicht direkt aus der Sicht von Brian Engels, diesem Piloten, beschrieben ist, sondern aus der Sicht von einem Mädchen, einem Kind, das blind ist und das ist super genial gewählt, weil das macht uns Leser und Leserinnen auch blind, also wir sind genau wie dieses Mädchen, sitzen wir auf ihrem Platz und sie kann nichts sehen, muss alles mit ihren anderen Sinnen wahrnehmen, sie denkt sich, oh mein Gott, irgendwie ist das so still, das hört sich nicht an, als wären hier noch 160 andere Menschen, klar, die könnten schlafen, aber können alle gleichzeitig schlafen, oh mein Gott, ich taste mal hier zur Seite, oh mein Gott, der Sitzplatz neben mir ist leer, meine Tante ist weg und wie sie das so langsam rausfindet, dass irgendwas hier nicht stimmt, weil sie nichts sehen kann, das ist unglaublich genial gewählt, das hat wirklich eine sehr, sehr gruselige Atmosphäre erzeugt und das hat einen sehr guten Start hingelegt und jetzt muss ich sagen, dann war es halt so, wir waren in dieser Situation, diese Leute tun sich zusammen, wollen jetzt langsam rausfinden, was geht hier ab und Brian Engels, dieser Pilot, der bricht dann ins Cockpit ein und versucht noch dieses Schiff zu übernehmen und sicher zu landen und was sie dann eben so feststellen, das will ich jetzt alles gar nicht vorwegnehmen, aber es ist eine bedrückende Stimmung, es ist eine gruselige Stimmung, es ist Stephen King grusel at its best, also es ist nicht wirklich Horror, es ist nicht brutal, aber es ist einfach schaurig, es ist irgendwie so leicht gruselig und das hat mir super gut gefallen. Was ein bisschen das Problem am Anfang war, ist, dass ich oft bei solchen Geschichten, die so ein bisschen auch metaphorisch oder meta-ebenemäßig funktionieren, Angst habe, dass sie bei so Geschichten von Stephen King ein nicht so ganz befriedigendes Ende haben. Also ich habe die ganze Zeit so ein bisschen befürchtet, dass ich zu sehr auf dieses Ende, auf diese Auflösung hinfiebere, nur um dann festzustellen, dass dieses Ende keine gute Auflösung hat, dass es so ein bisschen offen gelassen wird, dass man sich als Leser selbst ein bisschen denken muss, was da jetzt vor sich gegangen ist. Aber diese Sorgen waren unbegründet, denn das Ende hat mich umgehauen. Das Ende war so gut, es war eines der besten Enden von Stephen King. Ich kann es mal so beschreiben, also das ganze Lesevergnügen war eh schon sehr, sehr gut, das war sehr, sehr spannend, auch durch diesen Psychopathen, der da noch mitgewirkt hat in dieser Geschichte. Es war sehr, sehr spannend, sehr interessant. Ich wollte die ganze Zeit wissen, was abgeht. Und dann kommt dieses Ende und es ist alles nochmal hochgeschossen. Ich fand es super befriedigend, dieses Ende. Und ich kann sagen, Langoliers, wie auch immer, ist eine meiner Lieblingsgeschichten von Stephen King. Gerade, weil sie auch so ein bisschen anders ist. Jetzt nicht vom Erzählstil oder so, sondern sie ist kurz. Und es ist trotzdem Stephen King at its best. Man denkt immer so, ja, Stephen King at its best, muss halt 1500 Seiten haben, wie ein S zum Beispiel. Aber scheinbar nicht. Also ich würde nicht sagen, dass S kürzer sein sollte. Nein, für S ist das genau richtig. Aber diese Geschichte hier mit ihren 300 Seiten, Langoliers, die funktioniert trotzdem gut. Und wir haben trotzdem gute Charaktere. Wir haben trotzdem eine super schaurige, schummrige, düstere Atmosphäre. Und wir haben einfach eine unterhaltsame Geschichte mit einem super genialen Ende. Funktioniert super gut. Die zweite Geschichte heißt Das heimliche Fenster, der heimliche Garten. Und manche von euch kennen das vielleicht als Film mit Johnny Depp. Es geht in dieser Geschichte um einen Schriftsteller namens Morton Rainey, vor dessen Tür eines Tages plötzlich ein anderer Schriftsteller steht, der behauptet, sie haben mir meine Geschichte gestohlen. Und damit fängt tatsächlich diese Geschichte auch an. Also das ist tatsächlich der erste Satz in dieser Geschichte. Sie haben meine Geschichte gestohlen, sagte der Mann auf der Schwelle. Sie haben meine Geschichte gestohlen und dagegen muss etwas getan werden. Denn Recht ist Recht und Fair ist Fair und es muss etwas getan werden. Ey, ich sage es immer wieder, wenn so ein erster Satz von einer Geschichte gut ist, dann ist schon ein phänomenaler Grundstein gesetzt. Ich muss sagen, also diese Geschichte baut sehr auf den Plot und darauf, dass man sich fragt, wie geht es aus. Man kann also sagen, wenn ihr den Film schon kennt, dann braucht ihr das Buch nicht auch noch lesen. Aber, wenn ihr beides noch nicht kennt, und natürlich gilt das sowieso immer, also dann lest lieber das Buch, aber bei dieser Geschichte gilt es ganz besonders, finde ich, denn irgendwie, also ich kenne den Film nicht tatsächlich, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Geschichte noch mehr als es sowieso immer schon ist, als Buch einfach besser funktioniert, gerade weil das Thema so literarisch ist. Es geht um einen Schriftsteller, der sich plötzlich damit konfrontiert sieht, des Plagiats bezichtigt zu werden. Und das ist scheinbar, zumindest meint Morten Rainey in dieser Geschichte das, das ist scheinbar eine Angst, die jeder Schriftsteller irgendwo tief in sich drin hat, dass eines Tages jemand kommt und sagt, du hast mir meine Geschichte geklaut. Und ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, auch wenn ich jetzt kein Schriftsteller bin, aber ich schreibe ja auch so ein bisschen Geschichten. Und irgendwo vielleicht ganz tief in mir drin ist auch diese Besorgnis. Was ist, wenn ich mich da einfach so irgendwo unbewusst inspirieren lassen habe und das gar nicht bewusst gemerkt habe? Was ist, wenn irgendwann jemand kommt und sagt, das erinnert mich jetzt aber schon ganz schön stark an diese andere Geschichte oder so. Und es wird auch zum Beispiel dieser Punkt aufgebracht, also ich glaube auch Morten Rainey sagt es in der Geschichte, hä, wissen Sie denn nicht, nicht, dass jede Geschichte irgendwo abgekupfert ist. Es gibt doch nur fünf Geschichten auf der Welt, die alles andere sind, nur Abkupferungen von diesen fünf originalen Geschichten. So im Grunde hat alles irgendwie miteinander zu tun. Das ist also schon ein sehr präsentes Thema, so dieses Schreiben. Und deswegen finde ich das auch so eine Allegorie, so sehr metaphorisch alles. Und klar kann man diese Geschichte auch in Filmform erzählen. Das natürlich funktioniert, das sehen wir ja, den Film gibt es, aber ohne den Film gesehen zu haben, könnte ich mir einfach vorstellen, dass das Ganze als Buch besser funktioniert, weil man dieses literarische Thema hat man jetzt hier und mit der Vorstellungskraft, mit der Macht der Worte kann hier so viel gemacht werden. Also die Macht der Worte, die ist so krass, also so Formulierungen können so eine große Rolle spielen oder das hier eben von Anfang an so beschrieben wird, das sagt Morten Rainey immer von Anfang an, Shooter, also John Shooter, das ist dieser Typ, der ihn des Plagiats bezichtigt, der erinnert ihn an eine Figur aus einem William Faulkner Roman. So was kann man nicht so gut in einem Film darstellen, aber es ist irgendwie ein wichtiges Detail in diesem Buch, finde ich. Eine wichtige Beschreibung dieses John Shooters. Und gerade auch die Auflösung am Ende ist super gut gelungen, einfach nur durch die Beschreibung, durch die Macht der Worte. Also ich versuche jetzt nochmal zu sagen, also wenn ihr den Film schon kennt und es euch wirklich nur um den Plot geht, dann braucht ihr definitiv das Buch nicht zu lesen. Also das wäre dann völliger Quatsch, weil da werdet ihr dann aus der Geschichte auch nichts anderes wahrscheinlich rausziehen, als aus dem Film. Aber wenn ihr euch auch so für die Macht der Worte begeistern könnt und diese Faszination des Schreibens und der Fantasie und wie ein Schriftsteller vielleicht die Liebe zum Schreiben ausleben kann und eine Beziehung zum Schreiben führen kann, dann denke ich, dass es auch interessant sein könnte, für euch diese Geschichte nochmal zu lesen, obwohl ihr die Auflösung schon kennt. Ich redeke, dass es auch nicht dieses Schreiben ist. Ich redeke, dass es auch nicht das Schreiben muss.